Musik Eine Reisetasche, ein Koffer, mehr durften sie nicht mitnehmen auf ihrem Flugmarkt. Diese Familien waren aus ihrer syrischen Heimat in den Libanon geflohen, hatten dort in Lagern gelebt und konnten jetzt als sogenannte Kontingentflüchtlinge im Rahmen humanitärer Hilfsaktionen ausreisen. Der Krieg in ihrer Heimat hat ihnen alles genommen, bis auf die ein, zwei Koffer, 20, vielleicht 25 Kilo schwer. Musik Fünf Familien heißt Reinhard Uelin, Leiter der Gemeinschaftsunterkunft in der Landshuter Straße in Regensburg, willkommen. Jede Familie erhält ein Zimmer. Die Gemeinschaftsunterkunft ist kein neues Zuhause, sie bietet Schlafplätze. Die Kontingentflüchtlinge sollen möglichst bald eigene Wohnungen finden. Aber wie soll das gehen in diesem fremden Deutschland? Bei einigen Ankönlingen liegen die Nerven blank. Ibrahim Jigit vom Zentralrat orientalischer Christen in Deutschland hat schon viele syrische Flüchtlinge in ihre erste Unterkunft begleitet. Die Menschen können mit höheren Erwartungen, was sie hier auch begegnen oder empfangen, ist anders. Stecken wir zum Beispiel fünf, sechs Leute im Einzimmer, sind nicht glücklich, muss man die beruhigen, die Situation schildern und erklären, das ist auch vorübergehend. Sprachlich ist besonders schwierig, diejenigen, die neu kommen, sie können nicht sprechen, die verstehen nicht. Wenn man auch als Fremd in ein neues Land kommt, ist blind, ist gelähmt, ist taub, ist stumm. Die Familien fügen sich. Bei anderen keimt sogar Hoffnung auf ein neues Leben in Deutschland, wie bei Renna. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass unsere Familie hierher kommen durfte. Und wie mein Mann meine ich, dass wir ein Teil von Deutschland wären und hier arbeiten wollen. Für die Familie von Renna beginnt der Gang durch die Behörden. Antrag auf Leistungssicherung im Jobcenter, auf Krankenversicherung, auf Erziehungs- und Kindergeld. Sohn Abdelrahman wird bald die Schule besuchen und Ahmed die Kinderkrippe. Als Kontingentflüchtlinge dürfen Renna und ihr Mann an einem Integrationskurs teilnehmen, um Deutsch zu lernen. Nach einer Woche hat die triste Wirklichkeit die Familie eingeholt. Nichts geht voran und der Alltag in der Gemeinschaftsunterkunft gestaltet sich schwierig. Fünf Familien, die sich nie zuvor gesehen haben, die nur das Schicksal verbindet, vor dem Krieg geflohen zu sein, müssen sich nun eine Küche teilen. Die sanitären Einrichtungen reichen für 25 Menschen nicht aus. Die beiden Duschen müssen Männer, Frauen und Kinder gleichermaßen benutzen. Und es gibt nur zwei funktionierende Toiletten für alle. Und die Zimmer der Familien sind nicht abzusperren. Diese Kinder sahen, wie Menschen starren und wie Bomben ihr Zuhause zerstörten. Sie wissen, wie sich Hunger anfühlt und die Angst vor dem Krieg. Und jetzt erleben sie, wie Ungewissheit und Stillstand ihrer Eltern zermürben. Eymard hat zwei Söhne. Ich wünsche mir in Deutschland Sicherheit und Geborgenheit für meine Familie und für mich. Ich wünsche mir eine Wohnung für uns, deren Tür wir hinter uns abschließen können. Ich wünsche mir, dass die Kinder die Schule besuchen dürfen und dass ich die deutsche Sprache lernen darf. Ich gehe immer wieder zum Einkaufen und kann dabei leider nur Englisch sprechen. Ich möchte mich in Deutschland integrieren, Teil der deutschen Gesellschaft werden. Und ich will hier nicht untätig herumsitzen, sondern arbeiten und die Zukunft aufbauen. Abdul Rahman darf noch nicht zur Schule, Ahmed nicht in die Kinderkrippe. Das Schlimmste für alle ist die Untätigkeit, das Abwarten, die Ungewissheit. Die meisten Flüchtlinge kommen auf eigene Faust nach Deutschland. Sie müssen zunächst in eine Erstaufnahmeeinrichtung, wie die Bayern-Kaserne in München. Zurzeit stranden hier vor allem Flüchtlinge aus Syrien, wie die Familie von Darin und Muaz. Als Palästinenser in Syrien, ohne Chancen, gingen sie zum Studium nach Libyen. In Libyen wie in Syrien, ohne Perspektiven, kamen sie nach Deutschland. Sie haben drei Söhne. Yasem ist gesund, Suat und Suat sind Autisten. Die Familie lebt seit über fünf Monaten in einem kleinen Raum. Die behinderten Kinder müssen ständig beaufsichtigt werden. Jede Nacht schläft Muaz vor der Tür, seine Frau vor dem Fenster, damit die Kinder das Zimmer nicht verlassen können. Wenn die Eltern einmal weg müssen, sorgt Yasem dafür, dass seine Brüder im Zimmer bleiben. Wir wünschen uns so sehr, dass die zuständigen Behörden endlich unsere behinderten Kinder in einer Einrichtung unterbringen, wo sie gefördert werden können. Und Yasem, unser gesunder Sohn, soll endlich zur Schule gehen dürfen. Dann könnte ich meine Studien wieder aufnehmen. Ich bin Mediziner, ausgebildeter Neurologe und ich würde mich gern hier in Deutschland einarbeiten. Und meine Frau ist Bauingenieurin. Sie möchte sich auch weiterbilden, um in Deutschland ihren Beruf ausüben zu können. So wären wir in der Lage, in der deutschen Gesellschaft zu leben. Und auf diese Weise könnten wir sogar deutsche Staatsbürger werden. Der Gang zu Tisch ist für Suat und Suat eine Tortur. Darin und Muaz hatten in der Kantine darum gebeten, das Essen auf das Zimmer bringen zu dürfen. Es wurde ihnen nicht erlaubt. Diese endlos scheinenden Tage enden für die Eltern um ein, zwei Uhr morgens, wenn die Kinder endlich einschlafen. Und Yasem trägt mit seinen zehn Jahren diesen Alltag auf seinen schmalen Schultern mit. Psychologische Betreuung ist für Kinder, die mit ihren Eltern geflohen sind, nicht vorgesehen. Die Leiterin des Sozialdienstes der Inneren Mission in der Bayern-Kaserne, Lisa Ramzevs. Das muss man sich mal vorstellen, dass insbesondere die begleiteten Kinder einen derartig schlechten Status haben und durch alle Raster, auch durch Behördenraster fallen. Wir kriegen kein Geld vom Staat, es bleiben in der Tat nur private Spender, die uns hier unterstützen. Insbesondere die begleiteten Kinder, das sind wirklich die Ärmsten, weil deren Eltern sind meistens nicht in der Lage, durch die eigene Traumatisierung, sich um diese Kinder zu kümmern. Die Innere Mission betreut seit 30 Jahren Flüchtlingskinder in der Erstaufnahme, ausschließlich mit Geldern aus Spenden. Nach dem Asylbewerberleistungsgesetz dürfen Flüchtlinge nur bei akuten Schmerzzuständen medizinische Leistungen in Anspruch nehmen. Schmerzen, die im Inneren von Kindern brennen, fallen nicht darunter. Weit weg von der Erstaufnahmeeinrichtung in München oder der Gemeinschaftsunterkunft in Regensburg liegt Hohlenbrunn, ein kleines Dorf im Fichtelgebirge. Ein freundlicher Ort inmitten einer strukturschwachen Region. Hier leben die Menschen von Landwirtschaft und einigen Gewerbebetrieben. Im Ort gibt es eine Metzgerei, aber keinen Supermarkt. Die Regierung von Oberfranken hat syrische Familien aus dem ersten Flüchtlingskontingent in eine Gemeinschaftsunterkunft am Bahnhof geschickt. Diese Menschen haben ihr Zuhause in Syrien nicht freiwillig verlassen, sie flohen vor dem Krieg. Die Kultur ihres Gastlandes ist ihnen fremd. Auch Bessem wohnt hier. Seine Familie lebte in Daraa, wo in Syrien zum ersten Mal Menschen gegen Assad auf die Straße gingen. Das Regime reagierte mit Gewalt. Wie viele verlor Bessem damals seine Arbeit. Seine Frau Lina wurde sehr krank. Die erstgeborene Ezra stand kurz vor dem Abitur, als die Familie in den Libanon floh. Und die Zwillinge und Sarah kennen nur ein Leben auf der Flucht. Als ich in den Libanon ging, um dort zu arbeiten, wurde bei meiner Frau Krebs diagnostiziert. Ich hatte ein Jahr lang keine Möglichkeit, meiner Frau auch nur irgendein Medikament zu besorgen. Also habe ich mich an eine Hilfsorganisation gewandt und die hat mich dann mit Arzneimitteln für meine Frau unterstützt. Ich habe mich so hilflos gefühlt. Man hat mir schließlich den Rat gegeben, mich beim Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen zu melden. Dort bekäme meine Familie vielleicht die Chance, aus humanitären Gründen nach Europa geholt zu werden. Dafür musste ich mich bei der UN als Flüchtling registrieren lassen. Aber dort hat man mir gesagt, dass man bei so einer schweren Krebserkrankung nicht helfen kann. Meiner Frau ging es inzwischen immer schlechter. Obwohl es sehr gefährlich war, bin ich mit ihr nach Syrien zurückgegangen, um Medizin zu besorgen. Dafür mussten wir die Kinder in Beirut zurücklassen. Lina hatte einen Schock erlitten, als Polizisten die Wohnung der Familie stürmten. Sie suchten Rebellen. Die Zwillinge waren gerade zwei Monate alt. Nach dem Überfall blieb Linas Milch aus. Bessem meint heute, dieser Übergriff habe die Krebserkrankung bei seiner Frau ausgelöst. Obwohl er beim Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen, dem UNHCR, zunächst abgewiesen wird, kämpft er um die Ausreise seiner Familie nach Europa. Mit dem Mut eines Verzweifelten setzt er sich schließlich gegen alle Vorbehalte durch. Beim ersten Kontingent war es so, die mussten alle beim UNHCR registriert sein. Da gab es kein Anerkennungsverfahren, die mussten nur registriert sein. Dann fanden Interviews statt. Und dann aufgrund der Kriterien, Bindungen zu Deutschland, also gibt es Verwandte, hier spricht man Deutsch auf der einen Seite, Verfolgungsgründe, religiöse Minderheit beispielsweise, ja, interessanter Beruf. Das waren so die Positivkriterien. Dann gab es aber auch Negativkriterien. Und zum Beispiel Negativkriterien, keine Schwerstkranken, beziehungsweise nur eine zahlenmäßige Begrenzung von Schwerstkranken. Nach stundenlangem Flug waren sie abgekämpft, aber erleichtert und wurden von Bundesinnenminister Hans-Peter Friedrich herzlich willkommen geheißen. Sie haben ihre Heimat zurückgelassen, denn vor ihnen liegt eine wahrscheinlich bessere Zukunft, ein neues Leben in Deutschland und vor allem in Frieden. Das war ein so unbeschreibliches Gefühl im Flugzeug. Das ist schwer in Worte zu fassen. Ich habe gedacht, meine Familie wird in eine gewisse und gute Zukunft fliegen. Das Wichtigste war ja, dass meine Frau endlich medizinisch versorgt wird. Dann habe ich gedacht, dass die Zukunft der Kinder gesichert ist und schließlich, dass ich bald arbeiten darf und dass wir als eine glückliche Familie leben dürfen. Je länger ich im Flugzeug gesessen bin, desto mehr haben sich meine Gedanken von Zweifeln und von Traurigkeit entfernt. Die Zukunft erschien mir in strahlendem Licht. Die Ankunft dagegen ist ernüchternd. Gabriele Fischer vom Landratsamt in Wunsiedel. Das war auch für mich persönlich einfach eine unmögliche Situation, muss ich jetzt mal so sagen. Die kamen Donnerstagnachmittag, zwar begleitet, aber wir wussten weder die Namen noch wie sich die Familien zusammensetzen. Wir konnten nichts vorbereiten. Und die waren dann Freitag früh da. Und dann hat sich erst herausgestellt, dass die Frau vom Herrn Al-Katar schwer krank ist, keine Schmerzmittel dabei hat. Die Leute hatten keinen Euro dabei. Also wenn da nicht die Regierung dann mit der Hausverwalterin was ausgemacht hätte, die hätten nicht mal was zu essen gehabt. Also das war überhaupt nicht organisiert, das Ganze. Und dann mussten wir Freitag früh einen Hartz-IV-Antrag aufnehmen, damit die einen Krankenschein kriegen zum Arzt können. Das Handy ist der einzige Ort, der alle Erinnerungen aufbewahrt. Mehr Platz haben Flüchtlinge nicht. Im Handy ist die Familiengeschichte gespeichert, die letzten Bilder von der Mama. Lina wird noch operiert, aber der Krebs ist zu weit fortgeschritten. 40 Tage nach ihrer Ankunft in Wunsiedel stirbt sie. Ich lebe jetzt für meine Kinder. Das war der letzte Wunsch meiner Frau. Ich danke Deutschland und bete zu Gott, dass ich hier ein neues Zuhause finde. Wunsiedel, ganz oben im Nordosten Bayerns. Die Stadt hat über 9000 Einwohner, erfolgreiche mittelständische Betriebe. Ihre Bürger haben Neonazi-Aufmärschen getrotzt und Wunsiedel bunt gemacht. Und seit ein paar Monaten beherbergt die Stadt Familien aus Syrien. In der Friedensstraße sind Familien untergebracht, die die Flucht auf eigene Faust wagten und nun in Deutschland um Asyl bitten. Hier lebt Ale. Wir hatten alle unglaubliche Angst während der Flucht. Aber trotzdem kann man die Gefahren auf der Flucht nicht mit der Situation in Syrien vergleichen. Ja, ich habe mein Leben und das Leben meiner Familie riskiert, um nach Europa zu kommen. Denn in Syrien hatten wir Hunger. Um uns herum wurde ständig gemordet. Es herrschte Krieg. Man hat nur Blut und Waffen gerochen. Meine Kinder wachten nachts weinend auf, weil sie Raketenfeuer hörten. Sie hatten ständig so große Angst. Und deshalb habe ich das Leben meiner Familie riskiert. Fatima und Ale haben Antrag auf Asyl gestellt. Sie flohen mit ihren Töchtern Marwa und Safai aus Homs. Dass sie die Reise auf den Booten der Schlepper überlebten, grenzt an ein Wunder. Wir haben Koffer gepackt mit Kleidung und Essen und natürlich mit Trinkwasser. Wir haben uns gut auf die Flucht vorbereitet. Zumindest meinten wir das. Schließlich mussten wir uns auf der Flucht selbst versorgen. Immer wieder wiesen uns die Schlepper an, die Schiffe zu wechseln. Und dabei haben sie die Koffer von Boot zu Boot geworfen, genauso wie uns Menschen. Manche Koffer sind dabei ins Wasser gefallen. Leider war unsere auch dabei. Heimlich macht Ale Fotos auf dem Boot. Seiner Familie war es gelungen, von Syrien nach Kairo auszureisen. Es war ihr gelungen, in Ägypten Schlepper zu finden. Fast ihr ganzes Geld mussten sie ihnen geben für die Passage über das Meer. Und dennoch wären sie, wie so viele andere Flüchtlinge, beinahe ertrunken. Wir hatten jetzt überhaupt nichts mehr zu essen und zu trinken. Wir sind gefahren und gefahren, aber nirgends angekommen, weil der Kapitän sich nicht orientieren konnte. Die Kinder hatten so furchtbaren Hunger. Dann haben wir ein paar Zuckertütchen gefunden, haben Wasser aus dem Meer geschöpft, Zucker hineingeworfen und den Kindern das gesüßte Wasser gegeben. Allmählich wurde das Boot seeuntüchtig. Und letztendlich hat der Kapitän zugegeben, dass das GPS-Defekt war. Er meinte, dass wir sowieso nie ankommen werden. Wir waren jetzt auf Gott allein gestellt. Wir haben die ganze Zeit Wasser aus dem Boot geschöpft. Wir hatten überhaupt keine Kleidung mehr, außer der, die wir anhatten. Diese Kleider haben wir ausgezogen, in Diesel getaucht, angezündet und als Fackeln hin und her geschwenkt, damit uns jemand entdeckt. Irgendwann hat uns dann ein Schiff gesehen. Darauf war ein marokkanischer Seemann. Einer von uns Flüchtlingen hat ihn auf Englisch angesprochen. Doch der Marokkaner hat gesagt, ich bin auch Araber wie ihr. Wie kann ich euch helfen? Ich habe gesagt, dass wir Flüchtlinge aus Syrien sind. Er hat dann die Polizei verständigt und mit seinem Schiff unser Boot so lange umkreist, bis die italienische Polizei gekommen ist. Der Marokkaner hat uns gefragt, ob er noch etwas für uns tun kann. Wir haben ihn um Wasser für die Kinder gebeten. Lampedusa in Italien, die Insel ist Anziehungspunkt für Flüchtlinge aus Nordafrika. Doch viele reisen weiter, halten etwa Deutschland für attraktiver. Die Bundesregierung sieht aber Länder wie Italien in der Pflicht, sich besser um die angereisten Flüchtlinge zu kümmern. Dann sind zwei Polizeibooten gekommen und die haben uns nach Italien gebracht. In Italien wurden wir sehr schlecht behandelt. Bei unserer Ankunft hat uns die Polizei eingekreist und zu einer abgesperrten Unterkunft geführt. Wir hatten nichts zu essen und zu trinken. Bekamen auch nichts in dieser Unterkunft. Dann haben sie uns in eine andere Unterkunft gebracht. Dort haben sie uns aufgefordert, unsere Fingerabdrücke abzugeben. Ich habe mich für die Rettung bedankt, dann aber gesagt, dass wir nicht in Italien bleiben wollen und deshalb auch keine Fingerabdrücke abgeben möchten. Da wurden die italienischen Polizisten richtig wütend. Sie fingen an, uns zu schlagen. Stellen Sie sich das vor. Und dann haben sie uns angebrüllt. Wir haben gedacht, wir sind wieder in Syrien. Wer als normaler Asylbewerber herkommt, sich also mit anderen Worten selber durchschlägt, der unterliegt dem Asylbewerberleistungsgesetz. Der muss in eine Erstaufnahmeeinrichtung, der muss später in ein Lager oder wird dezentral irgendwo hin verteilt. Das Verfahren dauert minimum drei Monate, maximal ein Jahr und länger. Das Bundesamt bemüht sich zwar, die Syrer schneller zu bearbeiten als andere Gruppen, aber aus mir nicht nachvollziehbaren Gründen klappt es oft nicht. Also manche hängen da ewig in der Warteschleife. Auch in Wunsiedel leben Asylbewerber, die nicht wissen, wie und wann ihr Asylantrag beschieden wird. Sie dürfen erst nach neun Monaten arbeiten, lediglich ein Euro-Job sind ihnen erlaubt. Doch wie können sie den Alltag hier bewältigen, wenn sie sich nicht verständigen können? Gegen alle offiziellen Handhabungen hat Karl Rost, selbst pensionierter Lehrer, für die Asylbewerber einen Deutschkursus organisiert. Auch Ale und Fatima nehmen das Angebot wahr. Für sie ist der Kurs ein Stück Hoffnung auf eine Zukunft in Deutschland. Guten Tag, wie heißen Sie? Ich heiße Allah. Allah, freut mich. Guten Tag. Guten Tag. Wie heißen Sie? Ich heiße Fatima. Fatima, freut mich. Diese Teilnehmer zahlen die Kursgebühren selber aus ihrem Taschengeld. Und die Bereitschaft, circa vielleicht 100 oder 120 Euro hier auszugeben für einen Sprachkurs, die war da. Und daran sehen wir, wie ernst die das nehmen. Wenn die selber was zahlen können, ich finde, das gehört auch zu der Würde dieser Menschen. Die wollen nicht alles geschenkt haben, auch wenn manche Stammtische das ihnen unterstellen. Die Grund- und Mittelschule in Wunsiedel. Hier besuchen die Kinder aus Flüchtlingsfamilien den Unterricht. Der Leiter der Grundschule, Reinhard Dengler. Wunsiedel ist bunt. Wunsiedel bemüht sich, und da gehört die Schule als feste kulturelle Institution ganz zentral mit dazu, eine Willkommenskultur zu entwickeln und einfach auch zu leben. Mathematik steht gerade im Stundenplan der ersten Klasse von Roland Günther. Ibrahim aus der zweiten Klasse ist heute Gasthörer. Seine Familie floh auf eigene Faust aus Syrien. Und Ibrahim, seit neun Monaten in der Schule, spricht schon sehr gut Deutsch und will später einmal Polizist werden. Es ist aus unserer Sicht unerheblich, welcher Asylstatus zugrunde liegt, sondern wir wollen, dass alle Kinder, die zu uns kommen und die eine nicht unbedingt gute Vergangenheit hinter sich gelassen haben, dass die in der neuen Umgebung schnell Fuß fassen und dann auch ihren eigenen Begabungen und Möglichkeiten gemäß gefördert und weitergebracht werden. Mauer ist erst ein paar Wochen in Wunsiedel, ebenso wie ihr Bruder Omar. Im Werkunterricht wird heute ein Rondo gebaut. Lehrer Joachim Müller versucht mit Zeichnungen die Sprachbarriere zu überwinden. Das heißt, reden mit Händen und Füßen, einige mit Brocken Englisch. Und das geht dann schon einigermaßen. Aber es ist viel Arbeit. Ich habe praktisch zwei Klassen innerhalb eines Klassenverbundes. Auch Mahmoud ist erst seit kurzem hier und er erzählt, dass er ungefähr drei Worte von allem hier versteht. Für ihn ist klar, welchen Beruf er später ergreifen will. Arzt, was sonst? Die Mädchen haben Marua in ihrer Mitte aufgenommen. Und sie spielt auch in der Pause mit uns Fangen. Da fängt sie dann gleich an, so drauf zu tippen und dann rennt sie weg. Und dann wissen wir auch gleich, damit sie Fangen spielen will. Kinder haben da ganz anderes Vermögen als Erwachsene. Also Kinder haben keine Vorurteile. Kinder nehmen andere Kinder viel eher auf, als das vielleicht Erwachsene tun. Und so machen Mahmoud und Omar mit ihren coolen Wunsiedler-Mitschülern auch schon jede Menge Quatsch. Auch Mo Tamu vermittelt syrischen Flüchtlingen in Wunsiedl Zuversicht. Er begleitet Esra und Mohammed zum Jugendmigrationsdienst der Caritas. Übersetzt wichtige Informationen ins Arabische. Bassem unterstützt er bei Behördengängen. Mo hilft, weil er die Situation kennt, die ein Flüchtling bei seiner Ankunft im Gastland durchlebt. Man hat einfach verzweifle Menschen gesehen. Aber man hat auch gleich erkannt, dass sie diese Menschen froh waren, dass jemand da ist, der sie versteht und der auch redet und der auch übersetzt. Ich bin auch an die alten Zeiten, habe ich gedacht, Anfangszeiten von mir, wo wir hergekommen sind, wie wir so von der anderen Mitmenschen Hilfe auch bekommen haben. Und es ist mir wie die Filme durch den Kopf. Und da konnte ich einfach nicht Nein sagen und da konnte ich auch nur helfen. Syrer oder Ausländer, die schon lange hier bei uns leben, als Kontaktpersonen, da müssten wir ein Angebot von der Regierung kommen. Wir brauchen euch, wir wollen euch und ihr kriegt auch für uns eine Entschädigung. Das sind die idealen Leute, ohne die geht es nicht auf die Dauer. Um die Sprachbarriere hier mal am Anfang zu überwinden. Mancher würde gerne helfen, aber er fürchtet die Sprachbarriere. Es kann nicht jeder Englisch, Farsi und Urdu das ganze Zeug, sondern wenn wir jetzt hier diesen Leuten möglichst schnell einen Sprachkurs anbieten, dann ist die Sprachbarriere schon mal niedriger. Dann kann man sagen, Leute, die können mit euch einigermaßen schon ein wenig Deutsch reden. Dann finden wir vielleicht mehr Leute, die sagen, jawohl, da geht ja was. Und da muss ich sagen, da wäre mit wenig Einsatz oft viel zu machen. Also es gehört nicht viel dazu, einmal in der Woche mit seiner Familie zum Einkaufen zu fahren und die in die Getränke heimzufahren, oder? Holenbrunn hat einen Sportverein und die rührigen Vereinsmitglieder kümmern sich mit Hingabe um die jungen Neubürger. Heute sind zum ersten Mal syrische Kinder und Jugendliche eingeladen. Mo, der in seiner freien Zeit für seine syrischen Landsleute übersetzt, hat Fußballschuhe organisiert. Und Vereinsvorstand Ernst Buberl begrüßt die Spieler. Ihr wisst ja, das sind wieder neue Leute. Wir haben ja hier in Holenbrunn nicht nur ein paar deutsche Spieler. Wir haben Übersiedler, wir haben türkische, wir haben Vietnamesen. Und jetzt haben wir Syrer da, halb Italiener. Also wir sind fast international. Und ich hoffe, dass die Syrer auch so gut aufgenommen werden bei euch. Fußball bietet eine ganz wunderbare Möglichkeit, aus fremden Jungs Freunde zu machen. Auch bei Mo fing es so an. Als er mit 13 Jahren nach Deutschland kam, hatte er über Monate gespart, um sich für damals 60 Mark ein deutsch-arabisches Wörterbuch zu kaufen. Doch die Verständigung mit den deutschen Jungs glückte ihm über das Fußballspiel. Man konnte sich irgendwie mit Mimik und Gestik irgendwie verständigen und mit den Händen und Füßen irgendwie. Es hat auf jeden Fall funktioniert. Am Anfang habe ich viele Schaulustige gehabt. Aber danach hat sich wirklich voll und positiv, nachdem wir ein paar Kontakte am Fußball gespielt haben, habe ich auf einmal ganze Mannschaft als Freunde gehabt. Mo, Ausnahmetalent am Ball, in Syrien im nationalen Fußballkader U14, ist Kurde. Wegen der ständigen Repressalien gegen Kurden entschlossen sich seine Eltern, Syrien zu verlassen. Safai geht in den Kindergarten, Marwa ist noch zu klein dafür. Ihren Eltern gelang es, beide Mädchen vor Hunger, Tod und Krieg in Sicherheit zu bringen. Doch der Preis dafür war hoch. Safai hat alle Zähne verloren, sie trägt jetzt Implantate. Hunger hatte den Kindern schon in Syrien zugesetzt. Der Wassermangel auf dem Flüchtlingsboot kostete sie beinahe das Leben. Unsere Flucht hat uns sehr mitgenommen. Wir denken immer noch daran, was wir alles durchgemacht haben. Es war anstrengend und einfach furchtbar. Wir hatten sehr viel Angst. Und als wir hier ankamen, hatten wir Angst, dass unsere Bitte um Asyl nicht anerkannt wird. Wir hatten einfach Angst vor allem. Die ersten vier bis fünf Tage hier fühlten wir uns immer noch im Ungewissen. Wir sind nachts aufgewacht und haben nachgedacht, wie es weitergehen wird. Aber wo waren wir und wo sind wir jetzt? Wir lebten in der Hölle. Und jetzt ist alles anders. Ich kann jetzt nachts alleine rausgehen, kann sogar meine Frau alleine zu Hause lassen, ohne Angst. Und ich hab jetzt vor nichts mehr Angst. Die Spielscheune in Hohlenbrunn steht für alle Kinder der Gemeinde offen. Ernst Bubal hat die syrischen Kinder aus der Gemeinschaftsunterkunft gerade mit seinem Auto hergebracht. Als sie mit ihren Eltern vor ein paar Wochen ankamen, war niemand aus Hohlenbrunn über den Zuzug der Flüchtlinge informiert worden. Man hat weder was in der Presse noch sonst gehört. Und die sind dann spazieren gegangen in Hohlenbrunn oder ins Einkaufen. Hohlenbrunn ist ein kleines Dorf. Es sind sofort aufgefallen, neue Leute, fremde Leute. Und hat keiner gewusst, was mit den Leuten, wer die sind. Und ich war auch einer, der seine Heimat verloren hat. Wir sind vertrieben worden. Ich bin in Marienbad geboren. Und das hat eigentlich mich mitgeprägt, dass es Leute auch gibt, die was anderen helfen. Und das will ich auch haben, dass auch die, was da zu uns kommen, egal was für eine Nation das ist, auch gut aufgenommen wird. Und da möchte ich dir dazu beitragen, wie ich das sage. Und ich hoffe, dass es klappt. Wunsiedl hat in den vergangenen Jahren stetig Einwohner verloren. Gebäude stehen leer. Im ehemaligen Landratsamt sind alleinstehende Asylbewerber untergebracht. Die Stadt wirbt um Neubürger. Wie und warum sie nach Wunsiedl kommen, spielt dabei keine Rolle. Mohammed, Sarah und Esra auf dem Weg zum Discounter. Die Verkehrsanbindung der Gemeinschaftsunterkunft ist schlecht. Die Familie will sich eine Wohnung suchen, die zentral liegt. Aber die Ungewissheit über die Zukunft lähmt. Ich habe Angst davor, nach Syrien zurück zu müssen. Ich habe gehört, dass wir vorerst zwei Jahre Aufenthalt bekommen. Und wenn sich die Verhältnisse in Syrien nicht ändern, dürfen wir noch einmal drei Jahre bleiben. Danach sollen wir abgeschoben werden. Aber in den nächsten 20 bis 30 Jahren werden wir in Syrien niemals in Sicherheit leben können. Bassam und seine Kinder sind Kontingentflüchtlinge. Sie dürfen bald in Integrationskursen Deutsch lernen, überall hinfahren, Arbeit suchen. Sie haben Chancen auf eine Zukunft in Deutschland. Anders bei Alay und seiner Familie. Sie sind Asylbewerber, leben in einer Art Schwebezustand bis zur Klärung ihres Aufenthalts. Wir dürfen uns bis jetzt nicht frei bewegen. Wenn ich weiter wegfahren möchte, brauche ich eine Genehmigung. Ich möchte ein bisschen mehr Freiheit. Und das ist das Einzige, worum ich die deutschen Behörden bitte. Ich möchte hier bleiben. Und ich möchte, dass meine Verwandten aus Syrien hierher kommen dürfen. Es tut mir im Herzen weh, dass ich in einem sicheren Land leben darf, nicht aber meine Familie. Das ist schwer zu ertragen. Egal ob Asylbewerber oder Kontingentflüchtlinge, sie teilen dieselben Ängste um ihre Familien im Kriegsgebiet oder in den Lagern. Momentan dürfen Verwandte nur nachkommen, wenn sie im Kontingent der Vereinten Nationen ausreisen. Oder die hier lebenden Syrer erklären sich bereit, alle finanziellen Verpflichtungen für sie zu übernehmen. Das kann kaum eine Familie leisten. Dabei bietet das deutsche Recht Möglichkeiten für den Familiennachzug. Wir haben aber eine gesetzliche Regelung. § 36 Absatz 2 Aufenthaltsgesetz ist genau dafür bestimmt, wer, wenn ein außergewöhnlicher Härtefall vorliegt. Und wann ist ein außergewöhnlicher Härtefall da, wie wenn wir die Bomben um die Ohren fliegen, als momentan in Syrien. Wenn also ein außergewöhnlicher Härtefall vorliegt, dann findet ein Familiennachzug auch von Geschwistern, auch von Eltern und von sonstigen Familienangehörigen statt. Davon wird kein Gebrauch gemacht. Wir sollten dieses Instrument, das der Gesetzgeber geschaffen hat, auch dafür nutzen, für die Familiennachzugsfälle. Und diese Familiennachzugsfälle nicht hineinzwängen in die humanitären Kontingente. Die sind für die Leute da, die krank sind, die alt sind, die in Not sind, ohne dass sie hier in Deutschland Verwandte haben. Esra ist 18 Jahre alt. Sie kann ihren Geschwistern die verstorbene Mutter nicht ersetzen. Ich brauche jetzt meine Mutter. Ich wünsche mir so sehr, dass meine Mutter zu uns kommt und dass sie jetzt bei mir wäre, weil sie auch eine Mutter für meine Kinder wäre. Ich könnte meine Sorgen mit ihr teilen. Im Libanon waren wir so an sie gewöhnt, vor allem meine kleinen Kinder. Sie hätte mit uns zusammen ausreisen dürfen. Jetzt hat sie ein schlechtes Gewissen, dass sie nicht mit uns nach Deutschland gekommen ist. Aber als wir den Libanon verlassen haben, wollte sie doch lieber in der Nähe ihrer Heimat bleiben. Eigentlich müssen die Leute eine sogenannte Verpflichtungserklärung abgeben, eine Bürgschaft quasi. Das kann die Familie nicht, weil sie kein Einkommen im Moment haben außer Hartz IV. Also, es wäre eigentlich unmöglich. Aber wir haben es als Notfall deklariert. Und ich hoffe, es wird auch so angenommen. Mit Stellung des Asylantrages, mit Anerkennung, erlischt die Verpflichtungserklärung. Deswegen ist es Unsinn, dass manche Länder jetzt hingehen, die Verpflichtungserklärung verlangen, damit die Leute in Anführungszeichen quälen. Und diejenigen abschrecken, die arm sind. Weil sie hat keine Relevanz in der Praxis. Meine sehr geehrten Damen und Herren, heute ist der Neubürgerempfang in unserer Stadt. Und weil wir heute international sind, steht an meiner Seite Mohammed, der alles ins Arabische übersetzen wird. Bitte schön. Salam alaikum. Jedes Jahr empfängt Wunsiedl seine neuen Mitbürger. Und weil Hohlenbrunn ein Ortsteil von Wunsiedl ist, kommen Kontingentflüchtlinge ebenso zur Veranstaltung wie Asylbewerber. Flüchtlinge werden in Wunsiedl freundlich empfangen. Auch weil es Menschen gibt, die sich einmischen und kümmern. Es gibt natürlich überall Leute, was sind das für Leute. Ist menschlich. Aber wenn man so einen Eisbrecher mal hat, dann geht das alles. Die Flüchtlinge sind freundlich empfangen worden, weil in der Ausländerbehörde einfühlsame Menschen arbeiten. Also es gibt ganz viel, was man neben den Pflichtaufgaben jetzt die Fingerabdrücke nehmen und den Aufenthaltstitel beantragen. Und da gibt's links und rechts schon noch andere Möglichkeiten, wo man den Menschen vielleicht ein wenig helfen kann. Dass Bayern die Asylpolitik etwas gelockert hat, hat eben auch damit zu tun, dass von unten positive Rückmeldungen kommen. Also insofern glaube ich nicht, dass nur der Effekt eintritt, die unten machen schon und wir oben brauchen nichts machen, sondern dass oben auch der Effekt ankommt, Mensch, das wird ja von der Bevölkerung angenommen. Die Menschlichkeit hat Gott uns gegeben, damit wir in Würde miteinander leben. Ich würde mich schämen, wenn wir Syrer je unsere Landsleute vergessen, die noch im Krieg leben müssen. Deutschland muss nicht alle Mühseligen und Beladenen der Welt aufnehmen, aber das Beispiel Wunsiedl zeigt, dass es genügend Möglichkeiten gibt, politisch Verfolgte zu schützen und mindestens ihren Kindern eine Zukunft zu geben. Drei Monate später. Im beruflichen Fortbildungszentrum der Bayerischen Wirtschaft in Regensburg besuchen Renner und ihr Mann Eymond sehr erfolgreich einen Sprachkurs. Die Familie hat in der Zwischenzeit nach vielen vergeblichen Bemühungen eine Wohnung gefunden. Ihr Erstgeborener geht zur Schule und ist heute auf Klassenausflug. Renner und Eymond sind jetzt in Deutschland angekommen und dabei, sich eine Zukunft aufzubauen. Im Gespräch erzählt Eymond, dass er hofft, nach erfolgreichem Abschluss des Deutschkurses wieder in seinem Beruf als Bauingenieur tätig zu sein. Renner, die in Syrien Lehrerin war und französisch, englisch, arabisch und bald auch deutsch spricht, kann vielleicht in der Tourismusbranche Arbeit finden. Die Lebensumstände sind für die Familie nicht unbedingt leichter geworden, aber sie haben sich mit Inhalten gefüllt. Man muss einsehen, dass man nicht von Anfang an alles haben kann. Schritt für Schritt geht es vorwärts. Man muss lernen mit dem, was man gerade hat, zufrieden zu sein. Wir danken Gott, dass wir diese Möglichkeit haben. Die Untätigkeit und ihre Hilflosigkeit in der Gemeinschaftsunterkunft haben Renner und Eymond arg zugesetzt. Jetzt hat ihr Leben Strukturen bekommen. Und der kleine Ahmed wird später vielleicht einmal genauso gut Deutsch wie Arabisch sprechen und Regensburg als sein Zuhause ansehen. Die Familie von Darin und Mouaz ist nach 6 Monaten in der Erstaufnahmeeinrichtung nach Garmisch überstellt worden. Sie wohnt in einem Hotel, in dem auch Asylbewerber untergebracht werden. Der Hoteleigentümer und seine Mitarbeiter haben die Familie herzlich empfangen. Sie kann jetzt die Tür ihres Apartments abschließen und mit den Kindern zusammen auf dem Zimmer essen. Allerdings werden die behinderten Söhne noch immer nicht in einer therapeutischen Einrichtung betreut. Die Familie von Darin und Mouaz lebt in der Warteschleife, weiß immer noch nicht, wo sie ein neues Zuhause finden wird. Die Wohnsituation ist natürlich besser geworden. Zuvor waren wir im Lager, jetzt haben wir ein abschließbares Zimmer. Was unsere Situation erschwert, ist, dass wir immer noch keinen Aufenthaltsstatus haben. Und wir wissen immer noch nicht, wie es weitergehen wird mit unserer Familie. Mein Mann und ich haben angefangen, Deutsch zu lernen. Wir müssen uns die Sprache aber selbstständig beibringen. Viele Chancen für die Zukunft räumt die Asylgesetzgebung der Familie nicht ein. Obgleich Mouaz als Arzt und Darin als Bauingenieurin Fachkräfte sind, die in Deutschland eigentlich gesucht werden. Drei Monate später in Wunsiedel, der kleinen, lichten Stadt im Fichtelgebirge. Zusammen mit seiner Familie und Motamo, der in Wunsiedel weiterhin seine Landsleute als ehrenamtlicher Übersetzer unterstützt, besucht Bessim das Schelsenlabyrinth auf der Luisenburg. Der Witwer weiß immer noch nicht, ob seine Mutter, die jetzt in einem Flüchtlingslager in Jordanien lebt, nach Wunsiedel kommen darf. Seine kleinen Töchter vermissen die Mama sehr und die Oma könnte die Trauer vielleicht ein wenig mildern. Trotzdem herrscht Zuversicht. Ein Sprachkurs ermöglicht der Familie Zugang in die deutsche Gesellschaft. Da gibt es Verbesserungen. Es geht wirklich voran. Wir haben einen Sprachkurs angefangen, der uns allen große Freude macht. Es ist so wichtig für uns, Deutsch zu lernen. Und immer wenn der Sprachkurs vorbei ist, besprechen wir zu Hause gemeinsam die neuen Wörter, die wir gelernt haben. Der Greifvogelpark auf dem Katharinenberg ist ein weiteres Ausflugsziel in Wunsiedel. Alle ist mit seiner Familie zu Gast. Und Safai wird gleich in die Flugschau mit einbezogen. Die Adlerfeder, die Safai bekommt, soll nach indianischem Glauben Glück bringen. Das kann die Familie auch brauchen. Denn wie alle syrischen Familien, die um Asyl nachsuchen, weiß sie nicht, wie es weitergehen wird. Ale und Fatima sind noch keine neun Monate in Deutschland, dürfen also noch nicht arbeiten. Ihrem Alltag fehlt die Struktur. Feste Bezugspunkte sind allein der Kindergartenbesuch der beiden Töchter und der zweimal pro Woche stattfindende Sprachkurs, den sie selbst bezahlen. Das Warten zermürbt. Sie haben Probleme, Termine einzuhalten. Das Leben scheint ihnen zu entgleiten. Woran ich ständig denke, ist, dass mein Asylantrag anerkannt wird. Wenn ich Asyl erhalte, kann ich einen besseren Sprachkurs besuchen, ich kann arbeiten gehen und ein Leben führen wie ein normaler Mensch. Ich weiß nicht, warum mein Antrag nach sieben Monaten noch immer nicht beantwortet wurde. Wichtig ist, dass wir endlich unsere Asylpapiere bekommen. Und erst danach kann ich weiterdenken. Eine Zweiklassengesellschaft von Asylbewerbern und Kontingentflüchtlingen entwürdigt Menschen, die ihre Kinder vor Krieg, Gewalt und Hunger retten wollten. Unabhängig von ihrem Aufenthaltsstatus brauchen sie alle die Gewissheit, ein Leben ohne Angst vor der Zukunft führen zu können. Werte wie Nächstenliebe und Menschenwürde, die sie als Flüchtlinge in Deutschland erfahren, tragen sie im Gepäck, wenn sie und ihre Kinder einmal die deutsche Gesellschaft bereichern oder Syrien wieder aufbauen. und die sie als Flüchtlinge im Gepäck zu haben. Und die sie als Flüchtlinge in Deutschland